Ab jetzt beginnt die Sektion, die bis in den zweiten Teil reicht. Der Krieg gegen die Göttin. Oder wozu moderne Frauen konditioniert werden zu denken, zu wollen und zu sein. Und die Effekte dieser Konditionierung auf die menschliche Gesellschaft. Warum auf Frauen abzielen? Hier sind zwei Gründe, warum die Eugeniker und Gedankenkontrolleure sich diese Strategien ausgedacht haben und auf Frauen abzielen. Da Frauen die Fähigkeit haben, Männer zu beeinflussen, und das ist wahr, werden die meisten Männer ihre Einstellung und ihr Verhalten so ändern, dass sie konform gehen mit den Vorlieben und Wünschen von Frauen. Die meisten Leute in diesem Raum wissen, dass diese Aussage wahr ist, und die meisten im Internet werden anerkennen müssen, dass diese Aussage Gültigkeit hat. Deswegen kann die herrschende Klasse, wenn sie die Gehirne der meisten Frauen kontrolliert, die Männer und Kinder der Gesellschaft folgen lassen. Und jedes totalitäre Regime hat diese Wahrheit gewusst und hat dies zu ihrem verdrehten Vorteil genutzt. Dazu kommt, dass Frauen letztendlich auf biologischer Ebene die menschliche Fortpflanzung kontrollieren, indem sie auswählen, mit welchen Männern sie sich fortpflanzen. Nimmt man beide Punkte zusammen, sind es die Frauen, die letztendlich entscheiden, welche Eigenschaften und Charakteristika an die nächste Generation der Menschheit weitergegeben werden. Das lässt Epigenetik außen vor. Das betrifft nur die Genetik. Wenn man den ganzen epigenetischen Kram mit dazu tut, und man die Frauen unter epigenetischer Gedankenkontrolle hat, dann hat man die absolute Kontrolle über das Ganze. ...influence the characteristics that are going to be expressed at an epigenetik level as well. ... ...